Hey Leute, Intel hat mit seinem Compute Stick ein wirklich interessantes Produkt auf den Markt gebracht, denn einen vollwertigen Windows 10 PC für die Hosentasche gab es so bislang noch nicht. Kleiner Spoiler vor der Review, der Stick hat mich ziemlich beeindruckt und trotzdem ist nicht alles geil daran. Was genau ich von dem Stick halte, seht ihr in meiner Review dazu. Viel Spaß dabei! In der Verpackung findet ihr eigentlich alles, was ihr zum Durchstarten braucht, abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, aber dazu später mehr. Wer genau wissen will, was in der Verpackung ist, der kann sich gerne mein Unboxing dazu ansehen, was ich euch natürlich irgendwo hier rechts oben und in der Videobeschreibung verlinke. Von dem Stick an sich gibt es unterschiedliche Versionen, eine mit Windows 8.1 Bing und der Möglichkeit eines Upgrades auf Windows 10, eine mit bereits vorinstallierten Windows 10 und eine abgespeckte Version mit Linux Ubuntu, die zwar etwas weniger kostet, aber auch von der Hardware her deutlich reduziert ist. In meiner Review handelt es sich um die Version mit bereits vorinstallierten Windows 10. Von außen wird der Compute Stick wie ein etwas zu groß geratener Streaming Stick oder vielleicht wie ein USB-Stick auf Steroiden. Er hat aber viel mehr zu bieten als ein simpler Streaming Stick, denn was ihr hier seht, ist ein vollwertiger Windows 10 PC, reingepresst in ein Gehäuse mit den Außenmaßen von, haltet euch fest, 103 x 37 x 12 mm. In Anbetracht seines Plastikgehäuses und seiner Fingerabdruckgeilen schwarzen Oberseite, ist es vielleicht nicht das schönste Stück Hardware, das man sich kaufen kann. Aber egal, im Normalfall verschwindet er ohnehin hinter dem Monitor oder einem Fernseher und fristet dort ein Leben im Verborgenen. Von oben gesehen prangt ein dickes Intel Inside Logo zwischen den beiden Öffnungen der Lüfter. Ja, richtig gehört, Intel hat tatsächlich Lüfter in das Gehäuse gequetscht, die natürlich eine konstante, vor allem aber stabile Leistung gewährleisten sollen. Die Lüfter sind zwar in Betrieb zu hören und wirken aber nicht störend, da sie nur bei Bedarf anspringen. Ob und wie die Öffnung im Laufe der Zeit vollstauben, wird sich noch zeigen müssen. Zudem ist oben noch eine hellblaue, leuchtende LED verbaut, die euch anzeigt, ob der Stick eingeschaltet ist oder nicht. An der linken Seite findet ihr den Ein- und Ausschalter, einen Micro-USB-Eingang für die Stromversorgung und einen USB 2.0-Eingang zum Anschließen von Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur, Drucker, externen Festplatten oder Ähnlichem. Die Modebewussten unter euch werden noch sicher die Öse zum Einbinden eines Tragebändchens bemerkt haben. Auf der rechten Seite gibt es dann noch einen Micro-SD-Karten-Slot, in dem ihr Speicherkarten mit einer Größe von bis zu 128 GB reinballern könnt. An beiden Seiten habt ihr außerdem noch Lüftungsschlitze zur Abfuhr der Wärme. Auf der Rückseite können sich Nerds und Geeks noch an einer Vielzahl technischer Informationen und Zahlen ergötzen. Boah, geil. Dann kommen wir mal zu den inneren Werten. Befeuert wird der Compute-Stick durch die Kraft des Atoms. Um genauer zu sein, einem Intel-Atom Z3735F. Das ist eine Quad-Core-CPU mit 1,3 GHz, die bei Bedarf bis 1,8 GHz taktet. Dazu gesellen sich noch 2 GB DDR3 RAM und ein 32 GB großer interner Speicher, von dem sich das Windows 10 gut und gerne 10 GB gönnt. Deswegen auch Windows 10. Ein zusätzliches Speichermedium wie eine Micro-SD-Karte ist also Pflicht. Ein paar Benchmarks habe ich mit dem Teil auch gemacht. Da diese aber rein synthetisch sind, blende ich euch nur kurz die Ergebnisse ein. Dass das Gerät aufgrund seiner kleinen Größe kein mega Rechenwunder ist, sollte eigentlich jedem klar sein. Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, auch mal ein paar Spiele zu testen. Gut lief zum Beispiel Minecraft für Windows 10, Sonic und auch andere ältere Spiele. Die neueren Games wie Call of Duty Black Ops könnt ihr natürlich total vergessen, was aber auch irgendwie von vornherein klar war. Um den Stick in Betrieb zu nehmen, benötigt ihr im Prinzip erstmal nur den Stick, das Netzteil, einen Monitor und ganz, ganz wichtig, eine Maus. Denn ohne eine Maus an dem Gerät habt ihr keine Möglichkeit, die ersten Einstellungen vorzunehmen. Die Einrichtung des Sticks ist daher nicht ganz so problemlos, wie Intel das beschreibt. Windows 10 ist zwar vorinstalliert und das Betriebssystem startet auch direkt, wenn man aber versucht, nur mit einer Bluetooth-Tastatur die ersten Einstellungen vorzunehmen, hat man ein Problem. Denn das geht nicht. Ihr benötigt mindestens eine Maus, um das erste Mal ins Betriebssystem zu kommen. Danach könnt ihr dann mit der Intel Remote App und einem Tablet oder mit einer Bluetooth-Tastatur weiterarbeiten. Das erste, was ihr machen solltet, nachdem ihr im Betriebssystem angekommen seid, ist eine Installation der aktuellen Treiber für Grafikkarte und den WLAN-Empfänger. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Anfangs habe ich erwähnt, dass zum vernünftigen Arbeiten mit dem Stick was fehlt. Und das ist je nach geplantem Einsatzgebiet komplett unterschiedlich. Mir sind drei Möglichkeiten eingefallen, wo man den Stick ganz gut einsetzen könnte und was man dazu braucht. Und hier geht's weiter. Als PC-Ersatz. Für normales Surfen im Internet, einfache Bildbearbeitung, Videos in HD auf YouTube gucken, hin und wieder mal einen Brief mit einem Word schreiben und zum Arbeiten in Excel reicht die Leistung des Sticks vollkommen aus. Das ist für die meisten Hardcore-User vielleicht zu wenig, aber die Eltern oder Großeltern machen meistens nichts anderes. Anstatt den Eltern jetzt also eine Höllenmaschine zu kaufen, die niemals richtig ausgereizt wird, kann man auch den Compute-Stick in Erwägung ziehen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Klein, leise, stromspannend und aktuelles Windows 10 Betriebssystem. Mit dem Stick alleine ist es dann aber nicht getan. Mal abgesehen von Maus und Tastatur, die ihr ohnehin benötigt, empfehle ich euch dringend noch die Anschaffung eines aktiven USB-Hubs, um weitere Geräte wie Drucker oder externe Festplatten anschließen zu können. Falls keine Lautsprecher im Monitor verbaut sind oder dieser keinen Audio-Ausgang hat, wäre noch die Anschaffung eines HDMI-Audio-Splitters ratsam, denn sonst habt ihr nicht viel von Multimedia. Option 2 Home Entertainment Wohl für die meisten am interessantesten ist die Möglichkeit, den Stick als Multimedia-System im Wohnzimmer zu nutzen. Denn mit einem vollwertigen Windows-System bekommt man auch den dümmsten Fernseher smart. Während sich die großen Amazon, Google und Apple mit ihren eigenen Systemen gegenseitig Konkurrenz machen, könnt ihr mit dem Compute-Stick auf sämtliche Mediatheken zugreifen. Alles, was ein Browser darstellen kann, läuft auch auf dem Stick. Retro-Fans können zusätzlich noch diverse Emulatorien installieren und ihre beliebten Spiele am großen Fernseher zocken. Die Bedienung am Fernseher als Mediacenter kann bequem über die Intel Remote Control App erfolgen oder man schafft sich zusätzlich noch eine Maustastatur-Kombi wie etwa Logitex K400 Plus an. Die dritte Möglichkeit, die mir eingefallen ist, ist für Leute auf Reise oder Business-Leute. Wer viel privat oder geschäftlich unterwegs ist, wird das zu schätzen wissen, mit dem Stick immer seinen eigenen PC dabei zu haben. Geschäftsleute kommen erst gar nicht in die unangenehme Situation, dass zum Beispiel ein Dateiformat während einer Präsentation beim Kunden nicht erkannt wird. Abends im Hotel können dann vorab gespeicherte Filme angesehen werden. Hier ist das Mindeste, was man dem Stick gönnen sollte, eine Micro-SD-Karte, um zusätzlich Speicher für diverse Filme oder Musik dabei zu haben. Kommen wir jetzt zu dem, was mir überhaupt nicht an dem Stick gefallen hat und fangen wir dabei ruhig mal mit dem größten Kritikpunkt an. Das WLAN an dem Stick ist kurz gesagt Scheiße, ganz im Ernst, ich habe einen 64-Mbit-Internetanschluss, von dem an dem Stick im allerbeste Fall nur 20 Mbit ankommen. Andere Geräte wie Smartphone, Tablet und PC kamen im gleichen Raum zur selben Zeit auf 50 bis 60 Mbit. Auch ein WLAN-Repeater, den ich nur einen Meter entfernt vom Compu-Stick zu Testzwecken installiert hatte, brachte keine Besserung. Selbst im gleichen Raum mit dem Router kam kaum etwas über das WLAN am Stick an. Erst als ich den WLAN-Repeater mit einem LAN-Kabel und einem LAN-Zug-USB-Adapter über einen aktiven Hub an dem Stick angeschlossen hatte, ging das Surfen deutlich schneller. Übrigens, am besten surfte es sich auf dem Stick mit Firefox. Bei Chrome und Edge ruckelten teilweise Videos auf Netflix, YouTube und Amazon. Das konnte ich bei Firefox jetzt nicht so feststellen meinen. Zweiter großer Kritikpunkt ist der USB-Anschluss. Maus, Tastatur, LAN-Adapter, Festplatte, Drucker, Mikrofon, Webcam, Kartenleser und was weiß ich, was man noch so alles am PC anschließt? Alles muss über einen einzigen USB 2.0 Anschluss laufen. Warum zur Hölle hat man hier nicht wenigstens ein oder gleich zwei USB 3.0 Anschlüsse verbaut? Das würde den Stick zum einen deutlich flexibler machen, da man auf ein extra Hub verzichten kann und mehr Leistungsreserven überhätte. Punkt 3, das Betriebssystem. Im Compute-Stick werkelt eine 64-Bit-CPU. Und warum hat man hier dann nicht auch ein 64-Bit-Windows spendiert? Die Ubuntu-Version nutzt ja schließlich auch ein 64-Bit-Betriebssystem mit dem gleichen Prozessor. Und viel weniger Speicher. Das muss man auch nicht verstehen. Mein letzter Kritikpunkt ist ein fehlender Klinke-Stecker, um entweder ein Mikrofon oder Lautsprecher direkt an ihm anschließen zu können. Das wäre geil gewesen. Klein, leicht, mobil, energiesparend und für seine Größe recht leistungsstark. So in etwa könnte man den Compute-Stick in einem Satz beschreiben. Überlegt man sich aber, dass der Compute-Stick inklusive Windows 10 nur ungefähr 130 Euro kostet und Windows 10 schon alleine 100 Euro kostet, ist der Stick auch noch recht günstig. Er kann mehr als Chromecast, Fire TV und auch vielleicht Apple TV zusammen und ist einfach deswegen die perfekte Erweiterung an jedem Fernseher. Und genau da wird er bei mir auch enden. Hinterm Fernseher zur Erweiterung meines Home-Entertainment-Systems. Yes. Ja, das war sie, meine kleine Review zum Intel Compute-Stick. Ich würde gerne von euch wissen, ist das ein geiles Teil oder ist es der totale Scheiß? Lasst uns mal gerne darüber diskutieren und schreibt mir das alles unten in die Kommentare. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch, also deswegen liken, abonnieren und teilen nicht vergessen. Ich bin raus und sag bis dahin. Ciao. Ich bin raus und sag bis dahin.